Liebe Grazerinnen und Grazer, mein Name ist Jürgen Schiermetz. Ich bin seit zwölf Jahren in der Holding Graz Abfallwirtschaft tätig. Ich bin hier am Standort Sturzgasse 8 Teilbereichsleiter. Wie ihr sicher wisst, ist für alle eine schwere Zeit, aber wir sind auch in dieser schweren Zeit für euch da. Wie ihr sicher gemerkt habt, die Rastme-Aubfahr in Graz funktioniert ja ganz normal und unsere Aufgabe hier in der Sturzgasse ist es, diesen Restmüll auch zu verwerten. Und als kleinen Anhaltspunkt, wie viel arbeiten zurzeit zwischen 350 und 400 Tonnen nur Hausmüll am Tag. Also man merkt auch, in der Krise gibt es Müll und das nicht zu wenig. Die Stimmung ist gut. Wie gesagt, die Rastme-Aubfahr läuft, darauf könnt ihr euch verlassen. Also könnt ihr bitte zu Hause bleiben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.